Weißt du was, es würde wahrscheinlich total uncool sein, aber ich würde so gerne jetzt ein Lied von dir hören, eigentlich, wenn ich darf. Hast du ein Lied für Sie? Würde ich total gerne. Ja, mach doch mal. Echt. Mach mal. Wow. Dann singe ich euch jetzt einen Song, den habe ich geschrieben für einen Freund von mir nach einem Telefongespräch und dem ging es damals gar nicht gut. Der Song heißt Dein Herz trägt Felsen. Oh, wow. Die Gedanken holen dich immer wieder ein. Am Ende des Tages bist du winzig klein. Der Tag wird zur Nacht, die Wirklichkeit zum Traum. Dein Herz trägt Felsen umher. Der Schmerz in deine Wege leert das Traum. Was deine Tage auf der Staub legt einen Schleier darauf. Eine Newcomerin hat es allen gezeigt. Standing Ovations vom Publikum und größter Respekt von den Coaches für eine grandiose Künstlerin. Von Eva Croissant werden wir noch einiges hören. Und wenn ich weiß, dass ich eine andere Künstler hatte. Und wenn ich weiß, dass ich eine andere Künstler hatte. Ich weiß nur ein Kind, das ist also ein Kind und durchfühling.